Willkommen zur weiteren Folge von Path of Exile. Heute mit dem Descent Event, welches in weniger als fünf Minuten beginnen wird. Aktuell noch kurz ein paar Vorbereitungen, damit wir schneller starten können. Heute mit dem Descent Event. Bei den Descent Events ist es so, dass beim Tod wieder weitere Punkte möglich sind, die schon erreicht wurden. Aktuelles Ziel, ich muss noch mal kurz nachschauen, was die Bedingungen sind. Level 6 bis 9 gibt es einen Rewart Point, Level 10 bis 12 gibt es drei Rewart Points. Das ist sozusagen das Ziel, Level 10 auf jeden Fall die drei Rewart Points zu bekommen. Ein weiteres Ziel, was erreicht, was ich sehr wahrscheinlich schaffen werde, ist Defeat Rukuku, The Pagan God, was einen zusätzlichen Rewart Point gibt. Das heißt, wir sollten mindestens mit vier Rewart Points nach dieser Stunde durch sein. Wie es dann mit weiteren zusätzlichen Punkten gibt, eventuell bis Level 13 zu kommen und vier Rewart Points zu kommen oder Dip Root noch mal einen weiteren Rewart Point für den Besiegen dieses Boss Monsters. Werden wir schauen, wie weit das alles kommt. Wichtig ist Überleben. Das Spezielle ist, es handelt sich um ein Descent Champions Event. Das heißt, es sind noch mehr verstärkte Monster dort. Ich glaube, die Champions sind normalerweise die Goldenen und auch wahrscheinlich, dass die Blauen zusätzlich da sind, aber das mal schauen. Okay, wir haben in weniger als zwei Minuten. Dann geht's los. Das ist ein bisschen 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 beim decent event ist es wieder so dass keine items oder irgendwelche dinge die gewonnen werden mit in irgendeine andere league genommen werden sondern egal ob man stirbt oder ob das ganze überlebt wird der erstellte charakter befindet sich danach in der woich liegt und kann nur noch gelöscht werden ein weiteres spielen mit dem charakter ist anschließend nicht mehr möglich so lassen uns mal überraschen was uns dieses mal erwartet so jetzt ist die vorbereitung komplett hier wir go wir unterscheiden die sich 8 prozent 9 prozent ok fireball und ice nova als erstes generell zu verwenden und da oben ist es jetzt noch weitere kisten geben mit einem und in dem fall ein stetsch txp und das können wir nicht verwenden ja bleibt eigentlich vor allen Dingen das da so jetzt sind schon mal die beiden noch raus und damit auch können alle items aktuell verwendet werden so dann züge ich weiter schauen wir mal welche monster uns hier zuerst begegnen also der tod ist natürlich auch hier wieder permanent das heißt auch wenn die punkte nicht verloren gehen so kann der charakter oder kann dann auch nicht mehr weiter gespielt werden ok das sind wieder die etwas gefährlichen stachel monster die im falle ihres ablebens noch einmal in alle himmelsrichtungen feine ausstreuen so ist jetzt wieder ähm ziemliches lagging was eben die sache sehr gefährlich macht was eben die sache sehr gefährlich macht ok erstes level geschafft meine regeneration verstärken die einen g im endeffekt auch hier gilt natürlich möglichst schnell weiter zu kommen damit die xp anrechnung pro und wo die dirend die monstern wir gar 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 Okay. So, normal befinden sich die Türen zum nächsten Level, meistens geradeaus gegenüber vom Eingang. Okay, ich kann meine DOS-MAL, ich kann meine DOS-MAL, ich kann meine DOS-MAL. Ja, die sind zum Glück beide vorbeigegangen. Deswegen ist es relativ gefährlich, in der Mitte von diesen Füstern zu stehen, während sie gerade das zeitliche Segeln. Am besten ist es so diagonal davor, aber es hängt natürlich auch immer davon ab, wo, also in welche Richtung sie gerade schauen. Hier sind diese kleinen Flutter-Banner im Endeffekt noch am angenehmsten. Okay, Check-Shield haben wir schon. Okay, also direkt geradezu war es jetzt noch nicht, aber ich orientiere mich weiter nach oben. Okay, hier sind wieder Banner. Die Chests und die Urnen sind oder Vasen sind zum Endeffekt relativ uninteressant, weil es normal Spezialkisten gibt, mit denen deutlich bessere Items hierfür verwendet werden können. Ja, zogen werden können. So. So. Ich halte mir gerade noch etwas ein. Was ich gerade mal ganz schnell noch anpassen will, weil die Beschreibung stimmt jetzt natürlich noch nicht. So. toll. 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 ist hier ist wieder kein Durchgang das gibt es ja nicht hier natürlich inzwischen praktisch zumindest wenn es gerade vom Schild aufgehoben auf wenn die schon wieder nicht ein Schaden erleiden wie gesagt hat das dann damit zu tun dass die Verbindung leckt und dass ich nicht aktuell die Daten vom Server bekomme ja 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 Ja! Ein Korallring, der ist gut, weil er natürlich nur zusätzliches Leben bringt, jeder Puffer ist hilfreich, der uns hilft nicht, zeitliche zu segeln. Okay, da sind die Türen zur nächsten. Genau, hier sind wieder die speziellen Items. Chinebelt, Medium-Mana-Flast-Paradion, Firestone. Okay, was ich jetzt brauche ist... Gut, Firestone ist noch nicht. Müssen wir noch ganz kurz aufsteigen. Maximum-Mana... Okay, die können wir auch noch nicht verwenden, weil die noch nicht... Also, weil ich noch nicht Level 4 bin, aber das Wichtigste ist, den Chinebelt zu verwenden. Ach ja... So, Eissperren... Eissperren... Eissperren werde ich nicht verwenden... Stormcrawl... ...Dich... Uuha... Mh... ...Mh... 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 Huh... Okay... Okay... ...Die Affen sind... ganz praktisch, die dazu, diese Fresser sind allerdings recht gefährlich, weil die mit diesen Angriffen ziemlich viel Schaden anrichten kann. So, jetzt sind alle Gems wieder eine Stufe weiter und da wir jetzt ein Level aufgestiegen sind, kann ich gleich mal die Flast austauschen. Und den Firestorm einsetzen. Jetzt werden wir noch mal kurz schauen, die Live-Regeneration zu einem magischen Item zu machen. Magic Item, mehr Energieschild und dann noch weitere Eigenschaften, Freier Damage. So, das Maximum Energieschild. Okay. Dann weiter. Natürlich noch den Punkt verteilen. Ich werde mal die Mana-Regeneration noch ein bisschen steigern. Die Padded West ermöglicht mir gleich noch ein bisschen mehr Energieschild zu haben. Okay. So. Dann tauschen wir so gleich wieder aus. So. Dann wollte ich noch mal mitnehmen. Okay. Dann tauschen wir so gleich wieder aus. Hm. Nicht gerade die überraschenden Attribute. So. Wird es immer gut, mal ein paar Affen zu sammeln und dann noch so einen Flächenschaden anzurichten. Okay. Die ersten sind schon bei The Brut angekommen, was für mich sozusagen das optionale Ziel ist, dort überhaupt hinzukommen. I think the display class will serve. Okay, jetzt gleich nochmal die Mana Regulation verbessern und danach weiter auf Schaden. Die können auch direkt einige Schaden machen, wenn sie in der Truppe sind. Okay, jetzt geht's das. Okay, jetzt geht's das. Okay, jetzt geht's das. Da komme ich wieder nicht weiter. Da suche ich mal weiter nach da drüben. Hier ansonsten nach den Items halte ich wieder Ausschau, dass ich primär magische Items sammle, weil die anderen Items zu wenig Vorteile bringen. Dann werde ich weiter versuchen hier hinten zu schauen, ob dort der Übergang ins nächste Level ist. Das ist halt die Schwierigkeit, dass dadurch viel Zeit verloren geht, in der ich im Endeffekt nur rumlaufe, ohne XP sammeln zu können. So, damit kann ich jetzt im Endeffekt meine Items anpassen. Okay, das möchte ich auf jeden Fall mit dem machen. Oh Mann, viele Eigenschaften gibt es da aber nicht. So, den zum Magic Item. Hey, Lebensregeneration nochmal dazu, das ist sehr schön. So, Amor werde ich nicht behalten. Den noch zum Magic Item. Mal gucken, da ist jetzt nur eine Eigenschaft. So, eine zweite Eigenschaft. Intelligent Maximum Life. So, bei den anderen. Gut, da will ich nochmal probieren, was anderes zu bekommen. Maximum Energieschild und Fire Assistant, das ist schon mal sehr schön. Gut, die anderen müssen wir jetzt erstmal nichts weiter. Ich denke nach dem Übergang. So, das ist jetzt schon wieder fetisch, weil die mich einfrieren können. Und währenddessen ist es entsprechend gefährlich, da ich leicht umzubringen bin. So, das sind jetzt schon mal Chainmail Boots, das heißt, ich kann da auch wieder mein Energieschild verbessern. Was haben wir denn da hinten? Okay, nächster Level. Okay, nächster Level. Was haben wir denn da, noch zwei Punkte? Zuerst, da sind wieder die Eisgeschichten. Oh, es scheint ein Roach Exile zu sein, der entsprechend gefährlich ist, weil er ziemlich schnell an der Stelle von so einem hier eingefahren zu werden Walschuhe ein paar Zauber das sind schon mal sehr schöne Sachen Mein Zirklit, Simpel Road lohnt sich jetzt nicht Wolklaufs noch ähm... Small Life Lasp der Shanebelt, gucken wir mal an was der noch so hat und ein Power Ring so, also zuerst ein Shanebelt Plus 8 Amor ok, der ist 100% so, ein Level to Fire Games da werde ich dann und live dann ich werde zumindest mal schauen also klar, ein Fireball und Spark und Friesen Pull so ähm... okay so ähm... okay ok ok und natürlich die World Glows hm... viel hat er nicht aber auf jeden Fall bringt er eine ganze Menge Live-Regeneration, weil für jeden Hit ich bereits Lebensbote zurückbekommen ähm... das hat im Moment 7 das hat im Moment 7 das hat auch Live-Regeneration dann übernehme ich das auf jeden Fall ok... jetzt muss ich nur den Firestorm unterbringen Ice Nova bleibt Spark kann weg Stormcall kann ich jetzt eh nicht verwenden, so viel habe ich da nicht aber... so ist die Aufteilung auch ganz in Ordnung und... noch ein verbessertes Ring ok, dann züge ich weiter wir sind jetzt bei Level 6 Ziel ist Level 10 und wir haben jetzt fast die Hälfte gespielt 34 Minuten sind noch zu spielen und als nächstes kommen wir zu Roku am ersten Endpunkt oder... schwer zu sagen wie wir jetzt alle stufen technisch gesehen einzuordnen sind genau... da kommen wir jetzt zum Pagan-Gott da heißt es vor allen Dingen etwas entfernt bleiben da heißt es vor allen Dingen etwas entfernt bleiben dort im Endeffekt wo dieses Licht auf scheint das ist die Stelle wo er als nächstes hin teleportiert deswegen ist es nicht sehr sinnvoll ist an der Stelle zu bleiben deswegen ist es nicht sehr sinnvoll ist an der Stelle zu bleiben ich habe bei dem überhaupt doch Schaden aber schon gemacht das ist natürlich ein bisschen schwierig ähm... ähm... weil überall diese Blitze von mir nebenher rum fliegen ... 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 Dachte schon fast, der wäre erledigt, aber wäre echt fast erledigt worden. Ja, gut, geschafft. So, Golfskill, Medium Lives Last, Goldwissen. Ja, sonst haben wir eigentlich nichts Interessantion. Das gibt uns noch einen weiteren Skillpoint. Ja, da wie gesagt die Items sowieso nicht weiterverwendet werden können, lohnt es sich nicht die Goldenen aufzusammeln. Genau, jetzt haben wir Elemental Domination, das heißt 20% mehr Schaden für die verschiedenen Spales. Okay. Ich brauche mehr Mana. Das Leben ist verliebt. Und dann von oben wieder den Bogen noch mal zur Fire Damage machen. Im Endeffekt für schnelles Leveln ist der Kälteschaden nützlicher, da damit mehrere Gegner auf einmal gedeckt erreicht werden können. Aber im Endeffekt meinen Widerstand, bzw. weil ein, zwei Kritiker auf Kritikdösschläge, also verstärkte Treffer, können sehr schnell dazu führen, dass die Kälteschäfte sind. Und dass mir eine große Zeit des Lebens verloren geht. Jetzt hat sie wieder nicht gesagt, dass hier das Mana ausgeht. Deswegen, wenn es dann immer etwas zäher wird und irgendwie die Spells nicht so laufen, dann liegt es oftmals daran, dass dann auch der Mana vorwärts zur Neigung ist. Das ist sozusagen, wenn sie einmal gebrauchen. kritisch haben, dass sie wirklich eingefroren sind und dann noch mal kritisch bekommen, dann verbrechen sie. Das ist natürlich sehr von Vorteil. Giant Gloves Nehmen wir mal mit. Normal Item to Magic Item Hm, das ist jetzt nicht so viel. Hey, das ist gut. Dann kann ich auch ein Deathsports hier mit reinnehmen. Darum Upgrade zu nehmen. Mal gucken. Okay, der Ring ist der letzte. Okay, jetzt scheinbar ist das auch noch ein Upgrade. Auch mal den Energieschild verstärken. Okay, Level 7. Nur noch 25 Minuten zu spielen. Langsam wird es Zeit, sich etwas zu spüten. Wie gesagt, ein Zwischenziel, der Pagan Court, ist schon erreicht. Das zweite Ziel ist im Endeffekt Level 10 zu erreichen. So, dann darf ich gleich mal wieder die Cold Spell erhöhen. Als nächstes kommt dann eine größere Verstärkung. Oh, da oben ist schon der nächste Übergang. Den sollte ich gleich nutzen, um eben wieder mit stärkeren XP-Belohnungen... Okay, Necromanschi, das sind die Wiederbeleber. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Mal gucken, ob in dem anderen die Spinnen rumlaufen. Okay, Lighting Trap. Okay, die sind erst auf Level 10 verfügbar. Normal Item to Wire Item. Ja, das ist jetzt wieder das Nette. Dass ich jetzt natürlich alle schon Magic Items habe. Und daraus dann wohl kaum... Irgendwelche Rehas machen können. Okay, nehme ich einfach mal die Krone. Weil ich hatte ja vorhin den Acro-Porties von einem Item. Und dann machen wir den jetzt zu einem Reha-Item. Hey, sogar 1,7 Live Regeneration. Das ist doch super. So. Dann kann ich noch einen Ring. Okay, dann machen wir den mal noch zu einem Reha-Item. Alles raus. Dann Reha-Item drauf. So, dann haben wir hier nochmal die Chance, das neu zu würfeln. Naja. Das war jetzt nicht so brauchbar. So. Auf in die spinnigen Katakomben. Ich wollte nicht so, ich stelle die Treppe. Also, von denen sollte ich mich etwas vorsehen. Was ist jetzt los? Not immerhin. Level 9. Das heißt, es fehlt sowieso noch eins zum aktuellen Level-Ziel. Und hier ist nochmal die Verstärkung unserer Eis-Snow-Bahn. Okay, da ist noch eine bessere Uhr an. Und hier ist noch ein bisschen, was ich weiß. Aber die Hunde muss ich aufpassen, wenn die Sterben hinterlassen, sie eine Lava-Fläche. Zumindest einige von diesen Hunden. Nicht alle. Und verbrannte Füße sind nicht gerade das Optimum. Es sind sogar zwei gewesen an der Stelle, habe ich es gar nicht gesehen. Okay, die vergiftet mich. Ich habe es gar nicht gesehen, habe ich es gar nicht gesehen. Aber einen weiteren Punkt zu gewinnen, sowie eventuell noch Level 13 zu erreichen. Ich habe es gar nicht gesehen. Ich werde den Punkt noch verteilen, aber erst, wenn ich nicht direkt angegriffen werde. So, der erste Punkt. Jetzt ist die Live Regeneration von alleine schon. Okay, da bin ich jetzt gespannt, wie stark der ist. Mal schauen. Und vor allem natürlich, wie viele Erfahrungspunkte er ermöglicht. Okay, das ist schon wieder. Okay. Okay. Ich war erst Level 11 sehr lustig. Okay. Ich war hier noch was dabei. Tempest Shield. Und Flam Blast. Okay. Der ist ganz hilfreich, aber den werde ich jetzt nicht einsetzen. Wobei, vielleicht kann ich ihn bei Protus verwenden. Okay. So. So. Die kleinen Spinnen sind sehr praktisch, weil sie für... wenig Aufwand, viel XP geben. Okay, ist das schon anscheinend noch nicht. So. So. Was sind das jetzt? Fasted Partile. Nützt mir nicht. Added Cold Damage. Ein Support Gem. Aber ich habe jetzt keinen Stein, mit dem ich den sinnvoll verwenden kann. Okay. Altern Resistance. Cold Resistance. Mhm. Okay. Das ist mir jetzt umständlich. Wenn ich mit dir mache. Okay. Aber ich hab das. Oh ja! 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 Okay, ich habe noch den zuordnen und danach dann noch zwei Level, dann sind im Endeffekt die Feuerspales noch mal deutlich verstärkt. Okay, ich habe noch zwei. Okay. Vielen Dank. We're going to go Okay, that's why it's level 8 Das heißt aber, ich kann jetzt auch die andere Maske tragen, äh, die andere... Äh, bei Wild Gloves kann ich sowas noch tragen. Das sind jetzt nur keine Magic Items. Mal gucken, ob ich jetzt noch irgendwas und müsste eine Magic Item machen, ja. Okay, das heißt, wir wollen Firegames sind gleich nochmal ein Level ausgestiegen. Okay, gleich noch 8 dazu, das bringt natürlich sehr viel in der Kombination. Und, ja, das war's schon. Ne, das hier wollte ich noch austauschen. So, damit habe ich jetzt auch die Silk und wir haben über 100 Energy Shield. Das ist ja schön. Aber er ist trotzdem ziemlich schnell weg. Und mein Leben genauso. Hm, da wollte ich noch dazu kommen. Vielleicht können wir noch ein Level schaffen. Es sind noch knapp 10 Minuten zu spielen. Zum einen wäre die Frage, ob wir noch Brutus schaffen. Ich habe keine Ahnung im Moment, wie lange der einzelne Kampf gegen Brutus dauert. Und... ...wie weit wir davon noch entfernt sind. Ob der jetzt gleich schon am Ende auf uns wartet. Also... ...warten wir in der nächsten Region. Oder ob wir da noch weiter durch müssen. Ja, das macht doch schon mal ganz gut. Ich muss hier nur noch den Ausgang finden. Oh, da kommt noch ein Champion. Wahrscheinlich so gefährlich zu sein. Okay, sehr schön. Ja, wir haben tatsächlich fast schon Level 13 erreicht, also unser Bonusziel. Das ist immer mein Bonusziel. Falls ich da noch jemand zuschaut. Wunderbar. Das ist doch perfekt. Vor Brutus noch Feuer verstärkt. Weil normalerweise mit Feuersturm bearbeite ich den ganz gerne. Weil alles andere doch ziemlich gefährlich ist. Aber ich werde jetzt auch gleich mal anfangen, direkt durchzulaufen. Das Ganze hängt natürlich damit zusammen, da ja... ...diese League... ...eine... ...Champions League... ...also... ...wenn... ...mehr Champions da sind. Genau. Da haben wir schon Deboot. ... ... ... ... ... ... ... So bekämpfen wir das nicht, die ist nicht in Ruhe. Okay, dann sieht es ganz gut aus. Das sieht nicht so gut aus. Nein, nein! Scheiße! Das kann echt nicht wahr sein. Naja. Kurz vor knapp. Und das ist halt das Problem, wenn das dermaßen heftig austeilen kann. Na gut, damit haben wir aber zumindest das Bonus, die Level 13 erreicht. Die... Leak endet erst in 5 Minuten. Ich werde jetzt nicht 5 Minuten warten, um das Ergebnis zeigen zu können. Das eine ist ja sowieso schon klar, dass wir die 4 Punkte bekommen für das aktuelle Level. Level 13, 4 Reward Points und Roku, den Pagan-Gott, ebenfalls 1 Punkt. Das heißt immerhin 5 Punkte für diese eine Stunde. Genaues werde ich dann nochmal zeigen, wenn ich heute Abend um 22 Uhr nochmal die 12 Minuten Solo-Burst zeige. Und bis dahin verabschiede ich mich dann auch erstmal wieder. Bis später und... Viel Spaß! Weiter geht's!